Ein besonderer Fall ist eingetreten und mir zu Ohren gekommen, nämlich dass man, wenn man es nicht genau weiß, dieses Ratschensystem vom CD schließt, aber wenn man das nicht weiß, wie das wieder aufgeht, wenn man das nicht weiß, wie das aufgeht, kann man den Schuh nicht mehr ausziehen und das ist passiert und damit das nicht mehr passiert, mache ich jetzt dieses Video. Jetzt ist der Schuh geschlossen und es lässt sich nur in einer Position öffnen, nämlich diesen grauen Hebel hier hinunterdrücken und die Ratsche nach oben wegziehen. So, das ist die Lösung. Also, so wird das geschlossen, so ist der Schuh geschlossen und damit man wieder herauskommt, muss man da hinaufdrücken und dann die Ratsche hochziehen, so dass es, falls es noch einmal passiert, auch jeder weiß, so wie dieses System öffnen geht. Okay, und das ist wirklich passiert und das möchte ich jetzt über ein Video zeigen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.